Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofbergmann Beta 1. So, let's rock and roll. Und rein da, den Lachs. So, let's rock and roll. So, let's rock and roll. So, weiter geht's. So, let's rock and roll. 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 Hier oben steht was, aber Spiegelschrift ist nicht so mein Team. Äh, mein... So, let's rock and roll. 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 Oh, wo fahr ich denn hin? Ah, Mann. Er wird auch nie mehr. Es gab ein kleines Update von dem auf der Seite von BayernGamers. Habe ich mir runtergeladen und ist er irgendwie lauter und er rührt mehr. Da ihr in der Einbildung seid meinerseits. Da oben steht auch was drauf. Das kann man aber auch sehen. Ich muss mal kurz gucken ob ich das weg machen kann um konfigurieren. Die Werbung da. Wir geben Vollgas. Denn wir wollen ja anfangen mit anziehen. Also. Das ist halt abonniere. Ich habe noch ein bisschen mehr anziehen. Das ist es. so ich möchte auch neue farben soweit ich das weiß so konfigurieren so ah ja dnf edition, yellow edition das ist nämlich weg hier blue, green, red, orange, black, standard, bion gamers wir nehmen hier die yellow edition postram 9, verlierung mal nehmen wir kurz die verlierung runter quickie, yellow, yellow, gps 9 das sieht auch irgendwie creme aus ob ich nehme die folierung wieder wo ist sie ja so und konfigurieren 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 so 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 Was? 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 F1, dann schießt ruhig was! Oh, ich hab die kleine gekauft. Ich hab die falsch konfiguriert beim Kleister. Das war aber ganz flott. Ja, anders machen. So, wo stehen wir? So. Gut. So, wow. Konfigurieren. So. So. Genau, so wollte ich die nämlich. So. 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 Dann fangen wir uns mal mit ansehen. Hmm. So. 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 So, 24 Meter. Das Hupen machen wir aus. Das Hupen. Ich komme mir gerade vor, dass es geruckelt. Aber ich muss mal kurz ein bisschen leiser machen hier. Tönen wir doch so sehr ans Ohr, der Schlepper. Ohr, ne. Hat der schon wieder Kritze gemacht. Ich hoffe, ich lege die Spur jetzt zu. Das war jetzt mein Fehler. So wieder auf die Preise gemacht. Ich habe mich nicht darauf geachtet, war mein Fehler. Er macht das schon mal weg, die Spur. Das ist schon mal gut und viel wert. Jetzt müssen wir nämlich die Spur kommen. So, Dele. So weit, so gut, sprach der Knut. So. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, da kommt Baum, und der Baum ist nicht wirklich mein Freund, aber er ist ein bisschen behindert beim Lenken. Ah, ich stehe, da muss ich bald ein bisschen unter vorne jetzt, egal. So, da kommt Baum, und der Baum, und der Baum, und der Baum. So, da kam schon wieder das Plink Plung für mich, dass wir am folgenden Dank gekommen sind, werde ich mich so dran halten. Und ich beabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne so ein bisschen da, denn ich bin raus. Toscha, Sack, euer Jasso.